Einen wunderschönen guten Morgen. Ich nehme euch mit rein in unseren neu gestalteten Gebetsraum für die Gemeinde. Hier kann man zur Ruhe kommen, sich mit anderen austauschen über ein Buch. Man kann klagen, sorgenlos werden, Büchern stöbern, sich einfach ruhig in den Sessel setzen, beten, nach draußen schauen, sich Inspirationen holen, vielleicht auch ein bisschen Gitarre spielen, Lobpreis, Lieder singen oder auch anhören. Es gibt das ein oder andere auch zu mitnehmen für zu Hause und vielleicht eine Karte zu schreiben an den lieben Menschen, der Ermunterung braucht oder Ermutigung und eine kreative Ecke. Und am Ende darf man einfach wieder aufgetankt, gefüllt und gesegnet nach Hause gehen.